Es ist ein Rosensprungen für Sie, Angelika Milster. Von Jesse kam die Jard und hat ein Blümlein bracht. Mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt. Ist Maria die Reine, die uns das Blümlein bracht. Aus Gottes ebgen Art hat sie ein Kind geboren und blieb die reine Macht. Musik 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 Musik